Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Heute wollen wir mal schauen, wie sich das neue OnePlus 6 und das Honor 10 auf der linken Seite in den bekanntesten Benchmarks gegen das Samsung Galaxy S9 und das Huawei P20 Pro schlagen. Wieso ich diese vier Smartphones ausgewählt habe, erzähle ich euch gleich noch. Vorab aber erstmal das Übliche. Ich habe alle vier neu hochgefahren und wir haben natürlich keinerlei laufende Apps. Zeige ich euch einmal hier beim OnePlus 6, einmal beim Honor 10, dann natürlich auch noch beim Galaxy S9 und zu guter Letzt auch noch beim Huawei P20 Pro. Und am Ende werden wir wie immer noch die Wärmeentwicklung messen. Also mal schauen, wie warm die Smartphones denn so geworden sind. Ich habe alle vier Geräte auf 100% Displayhelligkeit, sodass ihr das auch ganz gut miteinander vergleichen könnt. Entschuldigt hier die Reflexion beim OnePlus 6. Das liegt einfach daran, dass es hier ganz links liegt und mein Licht drüber ist. Lässt sich leider nicht vermeiden, wenn ich hier vier Smartphones nebeneinander habe. Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Geekbench 4 Benchmark. Ist ja immer noch einer der bekanntesten Benchmarks überhaupt. Ich habe ihn hier sowohl auf dem Honor 10 als auch auf dem OnePlus 6 noch überhaupt nicht durchlaufen lassen. Ich mache hier jetzt nicht Vollbildanzeige. Das schreiben mir ja immer so manche Held. Das ändert überhaupt nichts am finalen Wert. Da geht es nur darum, wie das Ganze aussieht. Jetzt könnte ich hier mal ganz gut die Weißwerte miteinander vergleichen. Wobei ich schon sehe, die Kamera fängt das gerade wieder nicht so wirklich richtig ein. Aber egal. Wir klicken gleich mal auf Run CPU Benchmark. Der Geekbench 4 Benchmark dauert ja mittlerweile eh lange genug. Ich spreche mal kurz über die verbauten Prozessoren. Wir haben hier beim OnePlus 6 nämlich den Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core Prozessor. Ach, 845 habe ich eben 35 gesagt. Ich meine natürlich den Snapdragon 845. 8 GB RAM und dann hier beim Huawei P20 Pro und beim Honor 10 den gleichen Prozessor. Den High Silicon Kirin 970 ebenfalls Octa-Core. Hier 4 GB RAM, hier 6 GB RAM. Ich hätte hier jetzt natürlich gerne das Huawei P20 statt dem P20 Pro mitgenommen. Das habe ich aber leider immer noch nicht hier. Und wie gesagt, da die beiden ja den gleichen Prozessor haben. Auch wenn der Preisunterschied riesig ist, sie haben den gleichen Prozessor. Und das ist für dieses Video hier am wichtigsten. Insofern finde ich den Vergleich doch gerechtfertigt. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Galaxy S9 mit dem Exynos 9810. Ebenfalls Octa-Core. Hier 4 GB RAM. Hier hätten jetzt sicherlich einige gerne das Galaxy S9 Plus gesehen. Das habe ich auch hier. Ich finde aber, der Vergleich mit dem Galaxy S9 passt viel besser. Weil das einfach das günstigere von beiden ist. Weil die beiden hier ja auch, ja sage ich jetzt mal, für ein Flaggschiff eher günstigere Smartphones sind. 399 UVP hier. Hier haben wir 519 UVP. Was man hier jetzt auch ganz gut bekommt, ist, wie ich finde, eine Art Größenvergleich. Dann sehen wir, die beiden spielen hier in etwa in einer Liga. Sind mit 5,8 bzw. 5,7 Zoll, aber natürlich auch kompakter. Ach, beide 5,8 Zoll. Ich habe Unsinn erzählt. Die beiden hier haben aber natürlich größere Displays. Ich glaube, in beiden Fällen 6,1 oder 6,2 Zoll. Und dann fällt auf, das OnePlus 6 ist sogar einen minimalen Tick kleiner als das Huawei P20 Pro. Weil das hier unten natürlich noch die Taste hat unterhalb des Displays. Die haben wir hier beim OnePlus 6 nicht. Also den Fingerabdrucksensor, der ist hier auf der Rückseite. Ja, soviel dazu. Also auch ein schöner Größenvergleich. Das finde ich bei diesen Benchmarks-Videos auch immer ein netter Nebeneffekt. Wir sind jetzt so bei etwa 64%. Ich bin jetzt still. Wir sehen uns gleich mit den Werten wieder. Und dann bin ich mal gespannt, wer so vorne liegt. Ihr habt es hoffentlich gesehen. Sowohl das OnePlus 6 als auch das Galaxy S9 waren doch einen Tick schneller fertig als die beiden Smartphones mit dem HiSilicon Prozessor. Bei den Werten sehen wir jetzt hier beim OnePlus 6, was ganz ähnlich ist, wie wir es auch schon beim Xperia XZ2 gesehen haben. Im Single-Core-Score ist der Snapdragon 845 gar nicht so stark, aber natürlich immer noch eine ganze Ecke stärker als der Kirin 970. Dann im Multi-Core-Score punktet er aber natürlich ziemlich stark, auch im Vergleich zum Exynos 9810. Also wie gesagt, hier bekanntes Bild. Der HiSilicon Kirin kann hier nicht wirklich mithalten. Aber die beiden hier, obwohl der Preisunterschied riesig ist, was die reine Prozessor-Power angeht, natürlich sehr, sehr nah beieinander. Soviel also zum Geekbench 4 Benchmark. Und weiter geht es jetzt im Antutu-Benchmark. Der läuft auch schon auf allen vier Smartphones und ich muss jetzt tatsächlich auch nichts muten, weil der erste Durchgang schon mal schief gegangen ist, beziehungsweise bei der zig Benachrichtigungen reinkamen, die alles unterbrochen haben. Das sollte jetzt nicht mehr passieren, aber dafür muss ich jetzt nicht erstmal alle vier Smartphones muten. Das hat doch auch was für sich. Ja, jetzt läuft hier überall schon der Antutu-Benchmark. Ihr seht auch, die Notch wurde bei allen drei Smartphones ausgeblendet. Das Galaxy S9 hat ja keine, also hier ist ja ganz nett. Da kann man jetzt auch wieder ganz gut sehen, wie flüssig das Ganze hier auf allen Smartphones läuft. Wobei hier beim OnePlus 6 sind mehr Ruckler, als ich erwartet hätte. Das liegt aber vermutlich einfach daran, dass das Ganze noch nicht wirklich optimiert wurde. Haben wir ja oft bei Benchmarks und neuen Smartphones. Aber die Werte stimmen dann ja meistens am Ende doch. Ja, der Antutu-Benchmark dauert immer etwas länger. Insofern hole ich mal aus und erzähle über meine bisherigen Erfahrungen mit dem OnePlus 6 und dem Honor 10. Das Ganze jetzt tatsächlich erst nach so drei bis vier Tagen Nutzung. Also das OnePlus 6 habe ich schon ein bisschen länger hier. Da ist aber der Punkt, dass die Software bis vor ein paar Tagen noch nicht final war. Insofern will ich euch da gar nicht so viel drüber erzählen mit nicht finaler Software. Aber wenn ihr das Video hier seht, dann sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr Tage vergangen, weil ich ein bisschen vorproduzieren muss. Und weil es, wie gesagt, beim OnePlus 6 diese Sperrfrist gab. Unter anderem auch für solche Videos, aber nur so für euch zur Erinnerung oder zur Orientierung. Das würde ich jetzt nicht überbewerten, was ich jetzt erzähle, aber es ist halt einfach ein erster Eindruck so. Was mir am OnePlus 6 auf jeden Fall gefällt, ist das Display. Das ist besser denn je. Ich glaube, das ist jetzt hier auch teilweise in dem Video rübergekommen. Ich meine vor allem, was Farbdarstellung und was die Helligkeit angeht. Über die Schärfe, über die Auflösung kann man auf jeden Fall streiten. Da würde ich das Gleiche sagen, wie auch beim Huawei P20 Pro. Also hätte ich gerne so eine hohe Auflösung gesehen, wie eben beim Galaxy S9 bzw. S9+. Hier jetzt beim Honor 10 fällt das nicht so stark auf, weil das Display kleiner ist und weil wir keine Pentai-Matrix haben, sondern eine RGB-Matrix. Aber ansonsten macht das Display einen guten ersten Eindruck. Ich mag das neue Design auch unglaublich gerne mit den schönen dünnen Displayrändern, die noch mal dünner sind als jetzt zum Beispiel hier beim Huawei P20 Pro. Haben wir ja eben schon besprochen. Gefällt mir super gut, auch mit der Glasrückseite und so weiter. Es liegt gut in der Hand, also das mag ich wirklich. Mir persönlich ist es wieder einen Tick zu groß, aber das Spiel kennt ihr ja schon und die Performance ist wirklich top. Also was ich da bisher so sagen kann, einfach top. Wie immer bei OnePlus, also die Performance, das können sie einfach. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall die Kamera noch genauer anschauen. Wie gesagt, da ist erst seit ein paar Tagen jetzt die Software-Final. Alles, was vorher getestet wurde, würde ich nicht überwerten. Lustigerweise auch bei den ganzen Ami-Test-Berichten, die jetzt wahrscheinlich schon online sind, wenn ihr das Video hier seht, da wurde wahrscheinlich viel noch mit der nicht mal finalen Software aufgenommen. Aber da meinten einige schon zu mir, die Kamera ist sehr vielversprechend. Mal schauen, wie das dann jetzt eben so in den nächsten Tagen bei mir sein wird. Auch den Akku muss ich mir noch genauer anschauen. Das sind zwei so wichtige Dinge. Vorher möchte ich auf jeden Fall keinen Test veröffentlichen. Was mich ein bisschen stört, wenn ich es so in der Hand habe, bisher ist der Fingerabdrucksensor, der ist auf der Rückseite und eigentlich auch gut platziert. Aber ich finde, er ist einfach nicht so stark haptisch abgehoben, wie er es sein sollte. Optisch auch nicht wirklich. Also wisst ihr, was ich meine? Ich erwische jetzt nicht die Kamera, weil die ist abgehoben. Aber ich habe oft Probleme, den Fingerabdrucksensor gleichzufinden. Da habe ich jetzt die letzten Tage bemerkt, dass es besser geworden ist, weil man sich natürlich daran gewöhnt. Aber ey, ich weiß nicht, was momentan jeder so mit dem Fingerabdrucksensor hat. Hier beim Honor 10 ist es noch schlimmer. Die bewerben ja sogar erster Fingerabdrucksensor unter Glas bei einem Smartphone, also bei einem bezahlbaren Smartphone unter 500 Euro. Aber ey, das Ding, als ich den eingerichtet habe, ich habe fast einen Anfall bekommen. Das haben ja, glaube ich, auch viele Kollegen schon erzählt. Aber es dauert viel, viel länger, diesen Underglas Fingerabdrucksensor da so einzurichten. Und bisher kann ich auch keinen großen Vorteil erkennen. Er ist jetzt, was die Alltagsperformance angeht, in Ordnung. Aber so ein normaler Fingerabdrucksensor wie jetzt hier beim P20 Pro, der ist deutlich schneller einfach. Mal schauen, wie sich das in den nächsten Tagen noch so gibt. Vielleicht haben wir ja auch eine gewisse Lernkurve. Ich bezweifle es aber ehrlich gesagt. Aber das werde ich euch dann auch im Honor 10 Review wissen lassen. Was mir beim Honor 10 auch wieder sehr gut gefällt, ist das Design hier mit den schönen dünnen Displayrändern, der Glasrückseite, dem Metallrahmen. Es liegt super gut in der Hand, noch besser als hier das OnePlus 6. Also das gefällt mir richtig gut. Ich muss mir aber auch hier noch die Kamera genauer anschauen, weil wie gesagt, da dran wird es hängen, wenn das Ding für 400 Euro eine einigermaßen gute Kamera hat. Und so viel kann ich schon mal sagen. Also für 400 Euro ist die Kamera auf jeden Fall ordentlich. Aber Huawei, also was die Kamera angeht, ist natürlich jetzt die Messlatte bei Huawei auch brutal hoch. Mal schauen, ob das Honor 10 da mithalten kann. Soviel zu meinen ersten Eindrücken. Reviews zu beiden Smartphones folgen dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Erster Eindruck ist aber von beiden auf jeden Fall ziemlich positiv. Jetzt haben wir noch so 25% to go. Ich bin still, spule nochmal vor und wir sehen uns dann gleich mit den Werten wieder. Und jetzt ist auch der Antutu Benchmark durch. Da waren jetzt tatsächlich fast alle relativ zeitgleich fertig. Und hier kann dann der Snapdragon 845 natürlich punkten. 267.961 ist sogar etwas mehr als die 251.712 beim Galaxy S9. Und die beiden hier dann wieder ziemlich nah beieinander oder eng beieinander. 201.951 zu 207.030. Also hier auch jetzt keine großartigen Überraschungen. Aber ich bin froh, dass der Antutu Benchmark bei allen durchgelaufen ist. Das ist schon mal jetzt die halbe Miete. Ja, ich glaube mit den Werten hier kann man zufrieden sein. Zu guter Letzt wollen wir nun wie immer im GFX Benchmark noch checken, wie warm die Smartphones denn so unter Volllast werden. Ihr kennt das Spiel, das dauert jetzt in echt so 15 bis 25 Minuten. Da laufen diverse Tests durch. Den Smartphones wird so gut wie alles abverlangt. Ich hoffe, 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 dass beim OnePlus 6 jetzt alles hier einigermaßen problemlos durchläuft. Einfach weil das beim Xperia XZ2, das ja den gleichen Prozessor hat, nicht der Fall war. Da waren einfach einige Tests noch nicht angepasst. Und dann war glaube ich so einmal nach zwei, einmal nach acht Minuten und so weiter Schluss. Aber ich werde das einfach im Auge behalten. Hier kann es jetzt wirklich sehr, sehr gut sein, dass die Smartphones nicht gleichzeitig fertig werden. Und das eine zum Beispiel nach 18, das andere nach 20, das nächste nach 21 Minuten. Einfach weil das so viele unterschiedliche Tests sind und nicht jeder Test mit jedem Prozessor kompatibel ist. Aber ihr kennt das Spiel. Ich glaube, wir bekommen am Ende trotzdem eine ganz gute Idee, wie warm die Smartphones denn so unter Volllast werden. Ich bin jetzt still. Ihr müsst euch diese 20 Minuten jetzt nicht in Echtzeit geben. Spul vor und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das erste Smartphone fertig ist oder beim ersten Smartphone nicht alles funktioniert hat. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist hier genau das passiert, was ich befürchtet habe. Das beim OnePlus 6 war schon nach knapp zwei Minuten Schluss. Ich werde es jetzt einfach wie beim Xperia XZ2 machen. Das Ganze hier nochmal durchlaufen lassen. Normalerweise läuft es hier jetzt ein bisschen länger, dass wir hier einfach ähnliche Zeiten haben bei allen. Weil es geht ja wie gesagt in erster Linie um die Wärmeentwicklung. Die Werte kann man hier beim GFX Bench Benchmark E eher vernachlässigen. Mal schauen, wie lange es jetzt hier läuft. Ich bin gespannt. Wir sehen uns dann wieder. Das ist jetzt mal sehr interessant. Jetzt nach etwa 13 Minuten kommt hier beim Honor 10 die Meldung. Die Temperatur liegt über der Betriebstemperatur des Telefons. Der Funktion und das Umfang ist eingeschränkt. Und der Benchmark ist jetzt hier auch beendet worden oder ab. Wow, okay. Ja, das ist ziemlich warm. Ich tippe mal so auf 44, 45 Grad. Schauen wir mal. Ja, habe ich gut getippt. Also, wow, 50, junge, 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 50 Grad. Das ist quasi hier der Bereich, wo der Prozessor drin sein dürfte, denke ich mal. Und dann unten wird es natürlich 50 Grad. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Das freut mich gerade sogar leicht, weil das hatten wir hier noch nie. Ich nehme das jetzt mal in die Hand, ohne mich hier irgendwie zu verbrennen. Und ich kann euch sagen, ja, okay. Also, hier oben ist es schon echt ziemlich, ziemlich heiß. Das ist krass. Also, das hatten wir tatsächlich noch nie hier bei so einem Benchmark-Video. Ja, mal schauen so, wie das jetzt bei den anderen läuft. Ich denke, das OnePlus 6 wird nicht ganz durchlaufen. Das wird jetzt auch gleich irgendwann mal hier fertig sein oder beziehungsweise abstürzen. Ich bin echt gespannt, wie warm das so sein wird. Hier beim P20 Pro haben wir ja schon gesehen. Ich glaube, das war so 44 Grad mit dem gleichen Prozessor. Aber Honor hatte ja schon immer. Das muss man sagen. Egal, ob beim Honor 9 oder beim Honor 8. Also, ich will jetzt nicht sagen Hitzeprobleme. Aber die Geräte wurden schon ziemlich warm. Und jetzt hier 50 Grad. Also, man kann es noch in der Hand halten. Aber das ist schon nicht ohne. Ja, mal schauen, wie sich die anderen so schlagen. Ich spule wieder weiter vor. Jetzt ist auch das Galaxy S9 durch und das P20 Pro kurz danach. Ihr habt hoffentlich gesehen, das Galaxy S9 hat die Displayhelligkeit deutlich nach unten geregelt. Das Honor 10 auch ein bisschen. Aber das P20 Pro jetzt zum Beispiel fast überhaupt nicht. Mal die beiden messen. Ich denke mal, die sind beide so im 45 Grad. Ach, nicht 45. Also, ja, das hätte ich jetzt getippt. So 43, 42 Grad. Also, hier beim Galaxy S9, ja, 43. Nichts Überraschendes. Das hatten wir schon immer. Jetzt schauen wir mal noch beim Huawei P20 Pro. Hier sind es auch so 43, ja, 43, 44,6. Aber die haben sich jetzt beide ähnlich warm angefühlt. Also, 45 Grad oder so oder diese 44, das ist jetzt nicht kühl. Wir hatten auch schon mal 35 bei manchen. Aber das kann man halt noch gut in die Hand nehmen. Während das beim Honor 10 jetzt eben vorher, also vor allem da im oberen Bereich, das macht mir jetzt ehrlich gesagt leicht Sorgen. Das muss ich die nächsten Tage auf jeden Fall mal ganz deutlich im Auge behalten, ob das wirklich nur bei aufwendigen Dingen entsteht. Und ihr seht jetzt hier hoffentlich, erstmal hier diese Benachrichtigung weg, ihr seht jetzt hoffentlich, dass hier die Displaylichkeit auf 100% ist. Trotzdem flackert es, was bei AMOLED immer schon ein sicheres Indiz ist, dass die Helligkeit eben runtergeregelt wurde. Das seht ihr hier jetzt natürlich auch. Keine Ahnung, wieso Samsung das dieses Jahr so extrem macht. Andere machen das auch, aber das ist hier jetzt schon ziemlich extrem. Das OnePlus 6 macht es bisher noch gar nicht und auch das P20 Pro hat es quasi gar nicht gemacht. Ich bin jetzt nochmal still. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das hier jetzt durchläuft, aber es läuft jetzt schon seit über 15 Minuten. Vielleicht bekommen wir da doch noch am Ende ganz normale Werte. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn auch das OnePlus 6 durch ist. Und jetzt ist auch das OnePlus 6 fertig. Ich glaube, es hat nicht alle Tests geschafft, so, aber zumindest einige. Und das, ja, würde ich jetzt mal sagen, ist so in etwa im Bereich vom Galaxy S9, was die wir haben entwickelt. Und jetzt haben wir hier vor allem auch einen vernünftigen Wert, weil es hier auch einfach deutlich länger durchlief als noch vorher nach zwei Minuten. Okay, 38 Grad, 41. Also wie gesagt, da sitzt dann wahrscheinlich auch der Prozessor da, wo wir diese 41 hatten. Und unten wird es dann sogar noch kühler. Also das ist jetzt ein Ergebnis, was mich ehrlich gesagt positiv überrascht. Gut, hatten wir ja auch schon beim Sony, dass der Snapdragon nicht wirklich heiß wird, sage ich jetzt mal. Aber das überrascht mich jetzt doch positiv. Ja gut, an den Rändern, da im Metallrahmen ist es schon ein bisschen wärmer, aber jetzt kein Vergleich hier zum Honor 10 zum Beispiel. Ja, überrascht mich positiv. Und die Display-Helligkeit wurde auch nicht nach unten geregelt. Was lässt sich abschließend sagen? Wie zu erwarten war, schlägt sich das OnePlus 6 in den bekanntesten Benchmarks natürlich hervorragend, wie alle Smartphones mit dem Snapdragon 845. Das Honor 10 ist rein, was die Werte angeht, in etwa auf einem Niveau mit dem P20 Pro. Auch das ist nichts Überraschendes. Überraschend ist hier aber wirklich die Wärmeentwicklung. Ich glaube, 50 Grad hatten wir tatsächlich bei noch keinem Smartphone. Das macht das OnePlus 6 hier auf jeden Fall deutlich besser. Und das machen auch die beiden hier merkbar besser. Muss man ganz ehrlich so sagen. Das werde ich beim Honor 10 in den nächsten Tagen auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Das soll es von diesem Video hier gewesen sein. Das waren natürlich wie immer nur Benchmarks. Das sind ganz nette Anhaltswerte. Mit dem Alltag hat das alles aber nicht besonders viel zu tun. Ich fand es trotzdem gerade dieses Mal wieder ziemlich interessant. Ich hoffe, auch euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020